Kirbys kleine Welt Nach Tagen voller Regen klarte der Himmel auf und Kirby konnte endlich wieder nach draußen. Waddle Dee wartete bereits an der Straße auf ihn. Hey Kirby, lass uns spielen! Sie entschieden sich für ein Versteckspiel bei dem Baum, den man Wispy Woods nannte. Eins, zwei, drei, ich komme! Jeder versteckte sich an seinem persönlichen Lieblingsort. Sie fühlten sich sicher und glücklich in ihrer kleinen Welt. Als nächstes stand eine Schatzsuche in einer geheimen Höhle auf dem Programm. Sie fanden leuchtende, runde und schroffe Felsbrocken. Es war schwer, sich zu entscheiden, welcher der Beste war. Und so hatte jeder seinen eigenen, besonderen Schatz. Als ihre Mägen zu knurren begann, fanden sie in einem Feld einen kleinen Snack. Die Wassermelonen waren klein, aber sehr, sehr lecker. Nach einer Runde Schwimmen überkam sie die Müdigkeit und es war Zeit für ein Nickerchen. Der ruhige Klang der Wellen ließ sie in friedvollen Schlaf versinken. Die Zeit schien in diesem ruhigen und kostbaren Moment stillzustehen. Später stellten sie ihren Mut in einem gruseligen Wald auf die Probe und man hörte ihr Rufen und Gelächter weithin. Es war so unheimlich, aber gleichzeitig hatten sie großen Spaß dabei. Auf drei schickten alle ihre Papierflieger auf die Reise. Wie weit sie wohl fliegen? Fliegt, so weit ihr könnt! Sie lachten und lachten. Alle hatten unbändig viel Spaß. Und dann sahen sie das Funkeln des ersten Sterns, der das Ende des Tages ankündigte. Gute Nacht, Kirby! Morgen spielen wir weiter. Ihr Zuhause war ein besonderer Ort. Es machte sie glücklich, hier leben zu dürfen. Und genau wie heute würde auch morgen diese kleine Welt ein wachsames und wohlwollendes Auge auf sie haben. Musik 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 Vielen Dank.